Die ist mir total abgegangen. Also natürlich haben wir jetzt heute nicht den Marktausblick, der im Marktausblick war letzte Woche. Wir haben heute Chartpatterns 1, Chartpatterns 2 gibt es nächste Woche. Insofern bitte ich Sie um Entschuldigung, hoffe ich habe Sie jetzt nicht unnötig verwirrt. Ich gehe auch gleich jetzt zur Agenda, aber bevor ich zur Agenda komme, noch mal ein, zwei einleitende Sätze. Sie haben es gerade mitbekommen, das Webinar nehme ich auf. Ich werde es dann morgen auf YouTube stellen. Das ist der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2, wenn Sie die Präsentation haben möchten, dann bitte ich Sie, dass Sie mir einfach eine E-Mail schreiben. Denn ich kann diese Sammel-E-Mails nicht rausschicken mit dem Anhang. Das wird dann sehr oft als Spam identifiziert von Ihrem Spam-Filter oder Anti-Viren-Warner. Also wenn Sie sie haben möchten, dann bitte separat mir eine E-Mail schreiben. Das war Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 ist, wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt, geht es ja anscheinend, in die Chatzeile schreiben. Also wunderbar, wenn es funktioniert, dann ist das damit auch gesagt. Und ansonsten brauchen wir 45 Minuten, 50 Minuten, so roundabout. Also Sie können davon ausgehen, dass Sie den Anpfiff vom Champions-League-Spiel Bayern gegen Pilsen heute dann noch sehen. Und ich habe auch ein gewisses Eigeninteresse daran. Insofern können wir das Ganze spannend angehen lassen. Prima, dann schön, dass Sie gekommen sind. Hier sind die Punkte für heute in unserem Seminar Chart Patterns 1. Die Folgeveranstaltung übrigens heute in einer Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Am Anfang geht es um Basics. Wir wollen ja heute so ein bisschen den Schwerpunkt legen auf das Thema Kurslücken, Gaps. Dann stelle ich Ihnen konkrete Handelsstrategien vor, insbesondere für DAX, aber auch ein bisschen Forex und auch ein bisschen amerikanischer Markt, S&P 500. Und zum Schluss dann noch eine Zusammenfassung, die ich Ihnen dann noch zeigen werde. Fangen wir an mit den Basics. Wie, also das habe ich am Anfang gesagt, oder hier geht es um das Thema Chart Patterns und das zur Einordnung. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie kann man die Tools des Technical Trading, wie kann man die so klassifizieren, die Tools eines Traders. Und eine Möglichkeit, das zu machen, sind eben Chart Patterns, die wir heute besprechen. Eine andere Möglichkeit, ein anderes Tool, ein anderes Werkzeug, was der Trader hat, sind Indikatoren. Auch das ist natürlich sehr populär. Dann gibt es die Marktstrukturansätze, Stichwort Elliot Wave oder auch GAN. Dann gibt es das Thema Sentiment, wenn Sie zum Beispiel an die Sentimentumfragen denken von verschiedenen Brokernhäusern, wenn es darum geht, die Stimmung von Investoren zu erfassen. Aber auch sowas wie die COT-Daten, die Commitment-of-Trader-Report-Daten, auch das ist für mich Sentiment. Dann gibt es die beiden wesentlichen Ansätze vom Trading. Zumindest einen davon haben Sie vielleicht schon mal gehört oder gesehen bei mir, nämlich Mean Reversion, wo es im Prinzip um Contrarian-Ansätze geht. Also die Rückkehr zu einem Mittelwert. Und das ist ein Ansatz, der mir persönlich sehr gut gefällt. Dann gibt es das Thema Trendfolge. Das ist sicherlich ein bekannter Ansatz oder der bekannteste Ansatz, wenn es darum geht, einen Trend zu erwischen und ihn maximal lange zu reiten. Saisonalität, Zyklik gibt es. Und dann gibt es diese, Arcane heißt es auf Englisch, diese komischen Ansätze, die man vielleicht nicht so kennt auf den ersten Schlag. Nämlich zum Beispiel Börsenastrologie, die da rein spielt. Oder irgendwelche arithmetischen Ansätze wie die Murray-Meth. Das sind alles so Blackboxen, wo ich jetzt wenig Einblick habe, wo ich einfach das mal aufgeführt habe, weil es die ja auch gibt. Und teilweise gibt es ja auch ganz gute Propheten, wenn es um das Thema geht, Prognose von Aktienkursen mittels von solchen etwas mystischen Analyseansätzen. Wir beschäftigen uns heute mit Chart-Pattern, das haben wir also praktisch den ersten Punkt, den wir uns heute anschauen. Und heute geht es los mit einem sehr interessanten Pattern, was eigentlich sehr regelmäßig vorkommt. Was bei Aktienindizes vorkommt, was bei Aktien vorkommt, was bei Rohstoffen vorkommt, was auch bei den Rentenmärkten vorkommt. Nämlich den sogenannten Kurslücken oder auch Gaps. Und bevor man ein Synonym für Gap ist, zum Beispiel ein Window oder eine Kurslücke oder eine Lücke, das sind so Synonyme für diese Gaps. Und was ich heute, womit ich heute anfange, sind sogenannte Laps. Also Laps zunächst einmal, der Begriff ist verwandt natürlich mit Gap, man hört es Lab und Gap, kommt auch nicht von mir, kommt von Thomas de Marck. Thomas de Marck ist ein recht bekannter US-Trader, der sehr viel mit Larry Williams zusammengearbeitet hat. Ich selber habe auch sehr viel mit Larry Williams zu tun, beziehungsweise mit Tom de Marck. Deshalb ist der Begriff Lab auf ihn zurückzuführen. Und was ein Lab letztlich ist, das habe ich Ihnen hier mal markiert. Es gibt wie bei Gaps, gibt es auch bei Laps aufwärts und abwärts Varianten. Ein Aufwärts Lab oder ein Up Lab genannt. Das liegt dann vor, wenn der Öffnungskurs, also sprich der Kurs heute um 8 Uhr beim DAX oder um 15.30 Uhr beim S&P 500, wenn der über dem Hoch von gestern liegt, dann haben wir ein sogenanntes Lab. Also ein Aufwärts Lab oder ein Up Lab auf Englisch. Und wenn der unter dem Tief von gestern liegt, dann haben wir ein Down Lab, also ein Abwärts Lab, wenn Sie so wollen. Und hier, das werden Sie dann gleich merken, wenn wir zum Gap kommen, werden sich viele Tradingmöglichkeiten bieten mit Laps. Also tatsächlich ist es so, dass man eigentlich, wenn man es genau nimmt, mit Gaps gar nicht so wahnsinnig viele Tradingmöglichkeiten hat. Aber mit Laps dann schon. Denn Laps bedeutet, dass wir einfach nur den Eröffnungskurs haben, der halt über oder unter einem Vortagesextrem notiert. Vortagesextrem, das ist klar, das ist der Hoch- bzw. der Tiefpunkt vom gestrigen Handelstag. Also letztlich der Extrempunkt des gestrigen Handelstag. Ich will aber auch gleich dazu sagen, wer sagt Ihnen, dass der gestrige Handelstag der einzig wahre oder der richtige Handelstag ist, der letztlich definiert, ob es ein Lab ist oder nicht oder ein Gap ist oder nicht. Dazu komme ich gleich, wenn es nämlich um das Standard-Pattern geht und um eine Variante des Standard-Patterns geht. Also ein Lab ist nichts anderes, als dass der Eröffnungskurs über oder unterhalb des gestrigen Extremkurses notiert. Ein Lab kann zunächst einmal zu einem Gap führen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ein Lab um 8.15 Uhr, wenn der Markt startet, um 22 Uhr, wenn der Markt dann zumacht, Sie merken, ich spreche vom DAX Future, um 22 Uhr dann auch kein Lab mehr ist, sondern ein Gap ist. Aber das muss nicht unbedingt sein. Ein Lab kann zunächst einmal einfach nur dadurch entstehen, dass der Eröffnungskurs vom Extremkurs des Vortages abweicht. Und wie ein Gap draus wird, das sehen wir gleich, aber zunächst einmal ein, zwei Beispiele von einem Lab. Man sieht hier die Balken-Chart-Darstellung. In Rot habe ich die Abwärts-Labs oder die Down-Labs markiert und in diesem Lila habe ich die Aufwärts-Labs markiert. Vielleicht zunächst einmal so ein Aufwärts-Labs. Man sieht hier, dass der, dort wo ich jetzt den gelben Punkt hin mache, dass der Eröffnungskurs oberhalb des gestrigen Höchskurses ist, beziehungsweise Hochkurses ist, oberhalb des gestrigen Hochkurses ist. Und im Laufe des Tages ist der Markt aber dann unterhalb dieses Hochs gefallen. Und das Gap, das Eröffnungs-Gap, wie man so schön sagt, ist verschwunden. Also was bleibt, ist ein Lab, aber das Gap ist eigentlich verschwunden. Man sieht, ich werde die Linie ein kleines bisschen dünner machen, damit Sie das besser sehen. Man sieht, dass beispielsweise hier ein gleicher Fall war der Eröffnungskurs an dem Tag hier, war oberhalb des Höchskurses und was passiert ist im Laufe des Tages, ist der Markt unter den Höchskurs wieder nach unten gegangen und ist gesunken. Das sind die sogenannten Down-Labs, also die Abwärts-Labs. Jetzt gibt es natürlich auch die Up-Labs oder die Aufwärts-Labs. Da haben wir zum Beispiel einen Fall wie hier. Hier haben wir den S&P, Entschuldigung, den Eröffnungskurs. Der ist hier, auch hier wieder der gelbe Punkt. Und man sieht, aus diesem Lab ist plötzlich ein Gap geworden. Denn, wenn man genau hinschaut, ist dieses Lab am gleichen Tag nicht mehr geschlossen worden. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir mit einer Kurslücke eröffnet haben und dann im Laufe des Tages hat sich der Markt nicht mehr erholt. Er ist nicht mehr auf die Beine gekommen, er ist nach unten durchgerauscht und das Lab ist zu einem Gap geworden. Genauso, oder anderer Fall hier. Wir haben hier einen, wo ich jetzt den gelben Punkt hier mache, Eröffnungskurs, der unter dem gestrigen Tief liegt. Und was passiert? Der Markt recovert im Laufe der Handelssession und schließt oberhalb des Vortagestiefs. Also ein Lab ist stehen geblieben. Es ist kein Gap geworden, es ist tatsächlich ein Lab stehen geblieben. Also das ist so ein Beispiel, so ein visuelles Beispiel, wie so Labs aussehen. Man sieht, die Labs sind auf den ersten Blick nicht so gut zu erkennen wie die Gaps. Zu den Gaps kommen wir dann jetzt. Aber sie sind bei genauem Hinschauen bzw. mit etwas Übung natürlich dann schon relativ schnell zu erkennen. Insofern, Sie brauchen da jetzt nicht keine großen Sorgen machen. Sie werden das mit ein kleines bisschen Geschick, mit ein kleines bisschen Übung, werden Sie auf den ersten Blick finden, was ein Lab und was ein Gap ist. Wenn Sie sich vielleicht auch Candlesticks-Charts anschauen, möglicherweise fällt es Ihnen dann leichter, weil die Farben dann unterschiedlich sind. Sie haben dann ja auch meist rot oder grüne Farben. Ich habe selber eine Präferenz für simple Balken-Charts. Da steht genauso viel drin und es ist nicht so viel Schicke-Micki und nicht so viel Kunterbund drumherum, sodass ich einfach diese normalen Bar-Charts mir lieber anschaue als diese Candlesticks. Also das war ein Lab. Wichtig beim Lab zu wissen, der Öffnungskurs weicht von dem Tagesextrem ab. Jetzt kommen wir zum Gap. Ein Gap schaut zunächst einmal in der Standardversion etwas leichter aus, zumindest mal von der visuellen Aussage als ein sogenanntes Lab. Dieses Gap-Pattern, Sie sehen, ich habe das Gap-1-Pattern genannt und warum, das werde ich Ihnen gleich sagen, warum ich das Gap-1-Pattern genannt habe. Dieses Gap-Pattern ist letztlich nichts anderes, als dass Sie bei einem Aufwärts-Gap ein Tief von heute haben, was oberhalb des Hochs von gestern ist. Und Sie merken schon, diese Bedingung, dass ein Tief über dem Hoch von gestern bei einem Aufwärts-Gap sein muss, dass diese Bedingung kann erst dann wirklich festgestellt werden am Tagesende. Deshalb gibt es ein Gap tatsächlich nur sozusagen hindsight, also in der Rückschau. Sie können praktisch erst heute, wenn der DAX schließt, um 22 Uhr sagen, ob wir denn tatsächlich ein Gap gemacht haben oder ob wir nur ein Lab gemacht haben. Das ist schon mal vorweg gesagt, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn man sich die grünen Aufwärts-Gaps mal anschaut, dann sieht man, dass in der Regel diese Gaps relativ gut sichtbar sind. Hier habe ich mal eine Markierung reingemacht, da sieht man, das ist eine relativ große Kurslücke von einigen Punkten, wo man sagen muss, das springt einem ja ins Auge. Man sieht zum Beispiel hier an dem Chart, da ist es gar nicht so auffällig, dass hier ein Gap entstanden ist. Hier ist anscheinend irgendwo, wo man mit der Lupe so ein Gap suchen muss. Also vielleicht wird man das gar nicht so sehen, wenn man hier mal so ganz locker drüber schaut. Auch hier, bei diesem Tag ist es nicht so sicher, ob hier ein Gap entstanden ist. Zumindest mal auf den ersten Blick, man muss schon genau hinschauen. Hier, auch hier ist ein knappes Gap. Hier ist dann das Gap wieder relativ klar zu sehen. Und das sind die sogenannten Aufwärts-Gaps. Welche Implikation ein Aufwärts-Gap hat, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Also welche Prognose Sie mit einem Gap treffen können. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man einen Chart analysiert. Wenn man also die klassische Chart-Analyse macht und sagt, hier sind Gaps und hier sind irgendwelche Insel umkehren. Aber dass Sie dann daraus eigentlich keine Prognose ableiten können fürs Trading. Das ist immer dieser Prognosefall, in dem man sich oft dann bewegt bei der Technik-Analyse. Weil man letztlich immer nur die Vergangenheit nach bestimmten Mustern untersucht. Aber man muss versuchen, Rückschlüsse auf die Zukunft zu schauen, zu treffen. Das ist die Kunst. Und dann ist das Trading irgendwann auch, oder dann ist die Analyse, die Technik-Analyse irgendwann mutiert sie zum Traden. Weil nur dann kann man mit solchen Mustern irgendwas anfangen, wenn es tatsächlich um Rendite oder um Geldverdienen geht. Also Aufwärts-Gaps, die sehen Sie in grün. Dann habe ich in orange eingezeichnet die sogenannten Abwärts-Gaps. Abwärts-Gaps ist praktisch das Analogon dazu. Wir haben das heutige Hoch, was unterhalb des gestrigen Tiefs liegt. Das ist ein typischer Abwärts-Gap, ein Down-Gap-Day. Und genauso wie beim Aufwärts-Gap gilt es auch hier zu sagen, dass dieses Gap nur festgestellt werden kann, wirklich final festgestellt werden kann zum Handelsschuss. Also jetzt heute um 22 Uhr können Sie sagen, ob der DAX ein Abwärts-Gap gerissen hat oder ob es nur ein Lab oder sonst irgendwas war. Auch wie beim Aufwärts-Gap ist ein Abwärts-Gap leicht zu erkennen. Das, was ich markiert habe hier, das glaube ich, erkennt man recht gut. Auch hier, das meine ich, kann man ganz gut erkennen. Hier wird es schon wieder ein bisschen schwierig, weil das ist ein sehr kleines, mikroskopisch kleines Gap, Abwärts-Gap. Also auch hier gilt im Prinzip das Gleiche, wie ich es eben gesagt habe, für die Aufwärts-Gaps. So, jetzt kommt, ist es die Frage, Gap 1. Warum heißt dieses Pattern, Gap 1 Pattern? Ganz einfach, denn wenn Sie mich schon, oder wenn Sie mich kennen, wenn Sie schon öfter was von mir gehört haben, ich bin nur der Meinung, diese Standarddenken von Technologieanalyse ist immer etwas gefährlich. Denn jeder oder sehr viele Marktteilnehmer kennen Gaps. Fakt ist allerdings, je bekannter etwas wird, umso effizienter wird der Markt. Also umso geringer ist Ihr Wettbewerbsvorteil, den Sie haben mit so einem Chart-Pattern. Und deshalb bevorzuge ich nicht Revolutionen, aber Evolutionen. Zum Beispiel eine Evolution könnte sein, dass man nicht den Vortag als Referenz nimmt, nämlich den Tag, wie gesagt, nämlich den einen Tag, nämlich gestern, sondern man könnte vielleicht auch auf vorgestern schauen, nämlich Gap 2 Pattern. Das ist, oder vielleicht sogar Gap 3 Pattern oder Gap 5 Pattern, wie ja sowas zum Beispiel. Das alles könnte man mal überlegen und genau deshalb heißt bei mir das Standard-Gap, das Standard-Gap, Standard benutzt man ja auch nicht, aber Gap benutzt man jetzt, dieses Standard-Gap, das nenne ich Gap 1 Pattern, weil damit klar ist, ich meine das Gap, was entstanden ist von vor einem Tag. Und jetzt zeige ich Ihnen sozusagen die erste Variante von diesem Standard-Gap. Die erste Variante vom Standard-Gap, die zeige ich Ihnen jetzt noch nicht. Ich zeige Ihnen jetzt zunächst die Implikation von so einem Gap. Denn jetzt ist die Frage, warum oder welche Rolle spielt so ein Gap im Trading? Was kann ich damit anfangen? Zunächst einmal muss man immer sagen, Gaps sind dangerous, also Gaps sind gefährlich. Und woran sieht man das? Ich habe hier mal geschaut, was macht eigentlich der DAX, wenn er überhalb der 200-Tage-Linie steht? Das habe ich hier mit zum Ausdruck gebracht. Überhalb der 200-Tage-Linie. Das haben wir natürlich im Moment, klar, wir sind sehr weit weg von der 200-Tage-Linie. Und was macht er einen Tag nach dem Gap? Was macht er zwei Tage nach dem Gap? Was macht er drei Tage nach dem Gap? Was macht er zehn Tage nach dem Gap? Also was macht er einfach die nächsten Tage nach so einem Gap? Und genau das sieht man an diesem Balkendiagramm. Und was man hier sieht ist, ein Gap, ich rede jetzt von einem Gap 1, also von einem Standard-Gap, ein Gap ist per se Bullish. Ein Aufwärts-Gap wurde gemerkt. Bullish, wenn der DAX über der 200-Tage-Linie notiert. Denn das, was Sie hier sehen, sind letztlich nichts anderes als, das ist letztlich der Gewinn, das ist die X-Achse, die Y-Achse, Entschuldigung. Das ist der Net-Profit, den Sie hätten erzielen oder hätten erzielen können in der Vergangenheit, wenn Sie einen Tag nach dem Aufwärts-Gap den DAX gekauft hätten, und zwar zur Eröffnung. Und sofort wieder zum Schlusskurs verkauft hätten, wenn Sie das zwei Tage, wenn Sie die Position zwei Tage gehalten hätten, also zwei Tage dann Haltedauer und Verkauf zum Schlusskurs, drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Man sieht es, die ersten ein, zwei, drei Tage, die sind so ein bisschen la la, so la la. Das liegt ja mitunter daran, dass der Markt in der Regel dann etwas überkauft ist, etwas Konsolidierungsbedarf ist. Aber letztlich kann man nicht sagen, dass nach dem Aufwärts-Gap der Markt wirklich nach unten geht. Man sieht aber, dass die Tage vier, fünf und sechs, dass die schon ordentlich sind und dass die hier wirklich bullish sind. Das muss man einfach sagen. Und deshalb ist ein, die Frage kommt jetzt gerade, ist ein Gap, wenn Sie das sehen, der Markt in einem Aufwärts-Trend ist. Sie erinnern sich vielleicht an den DAX, der vor ein paar Tagen dieses Aufwärts-Gap gerissen hat, als sich dieser Haushaltsstreit beigelegt hat. Das ist per se bullish. Es ist dann nicht unmittelbar super bullish. Also es ist nicht unmittelbar super bullish im Sinne von die ersten ein, zwei Tage, natürlich die ersten ein, zwei, drei Tage. Aber wenn man sich zum Beispiel am zweiten oder dritten Tag auf die Lauer legt und einfach sagt, okay, gestern, vorgestern gab es ein Gap, ich kaufe jetzt mal den DAX, weil das Gap einfach ein Zeichen von Stärke ist, dann ist eigentlich der Weg für steigende Kurse oder zumindest mal der Weg, der am wahrscheinlichsten ist. Natürlich ist auch hier nichts sicher. Und natürlich habe ich hier, oder das heißt natürlich, ich habe auch hier Ihnen etwas verschwiegen, was man normalerweise natürlich macht, insbesondere wenn man Hebel-Trading macht. Ich habe hier jetzt ein reines, wenn Sie so wollen, Bias genommen. Ich habe hier keinen Stop-Loss berücksichtigt. Ich habe also tatsächlich hier nur geschaut, was passiert, wenn wir die Position zwei, drei, vier, zehn Tage halten. Und man sieht, ungeachtet eines Drawdowns, dass der Markt auf jeden Fall profitabel zu handeln wäre. Und die besten Chancen-Risiko-Verhältnisse ergeben sich vermutlich in diesem Bereich hier, nämlich 4, 5, 6, 7. Also das heißt für Sie, Implikation nach einem Gap, nach einem Gap 1, ich rede jetzt, wenn ich von Gap spreche, dann rede ich immer von einem Gap 1 Pattern, also das Standard-Gap, nicht was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das nach einem Gap, nach einem Aufwärts-Gap und der Voraussetzung, dass der DAX über der 200-Tage-Linie notiert, dass der Markt dann freundlich zu sehen ist, zumindest mal auf Sicht der nächsten paar Tage. Hier ist übrigens auch nochmal ein kleiner Hinweis für Sie, also wenn sich ein Lab, weil wir beginnen ja den Tag mit einem Lab, also dieser Eröffnungskurs, der in dem Fall jetzt oberhalb des gestrigen Hochkurses ist, wenn sich dieses Lab hält und nicht geschlossen wird, also sprich dieses Lab mutiert zu einem Gap, dann ist es letztlich bullisch. Gaps werden schon häufig geschlossen, da gibt es ja so eine Art Mythos, auch dazu komme ich gleich, Gaps werden schon häufig geschlossen, bzw. Labs werden häufig geschlossen innerhalb des Tages und daraus resultieren natürlich sehr viele Trading-Möglichkeiten, aber wenn es der Markt wirklich schafft, diese Kurslücke zu verteidigen, dann ist das Bullisch. Und das ist die erste Implikation. Die zweite Implikation, die Sie hier sehen oder die ich Ihnen hier mitgeben will, ist, auch wenn der Markt optisch dann vielleicht sehr weit oben zu sein scheint, siehe den DAX jetzt vor ein paar Tagen und man so, es juckt einen den Finger, der soll jetzt nicht shorten, soll jetzt nicht shorten. Sie sehen, wenn man shortet, das wäre, also ich könnte jetzt Ihnen die Short-Strategie zeigen, die wäre genau inverse zu diesem. Sie würden also hier praktisch über die nächsten zehn Tage Geld verlieren. Am ersten, zweiten, dritten Tag weniger, aber insbesondere am vierten, fünften, sechsten, siebten Tag schon mehr. Und deshalb auch mein Ratschlag, lassen Sie dann auch die Finger weg von Shorts. Oder wenn Sie wirklich Handelsstrategien programmieren oder entwickeln, müssen Sie darauf achten, wenn Sie halt einen Short-Pattern haben, dass Sie vielleicht die ersten zwei, drei Tage davor keinen Aufwärtsgap hatten, weil ansonsten Ihr Short-Pattern möglicherweise nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Also auch das sind mehrere Informationen. Also zum einen für die Long-Trader, es macht Sinn, so Richtung dritter, vierter Tag, dann eher auf der Kaufseite sich aufzuhalten. Für die Short-Trader, es macht nach einem Gap, ist es sehr riskant zu shorten, weil der Markt eigentlich bullish zu sehen ist. Und an die Strategieentwickler, bestimmte Signale werden besser von der Qualität her, wenn man ausschließt, dass an den Tagen zuvor, erster, zweiter, dritter, vierter Tag davor ein Aufwärtsgap gerissen worden ist. Also Gaps sind bullish. Und das ist die Aussage von dieser Folie. Sie werden jetzt bestimmt fragen, was ist mit Abwärtsgaps. Mit Abwärtsgaps ist es nicht so einfach. Tatsächlich sind Aufwärtsgaps wesentlich einfacher von der Analyse her als Abwärtsgap. Abwärtsgap verhält sich etwas chaotischer, etwas komplizierter. Ich habe Ihnen auch heute etwas mitgebracht, weil das zu tief gehen würde. Da müsste man tatsächlich, über Abwärtsgaps müsste man tatsächlich nochmal im Medias Res gehen und müsste fragen, wie groß ist das Gap? Wie groß ist es, ich meine jetzt nicht in Punkten ausgedrückt, sondern in Bezug auf die Handelsspanne des Vortages. Da müsste man mehrere Klassen bilden und müsste sagen, Gap der Klasse 1, 2, 3 und 4. Und wenn Gap der Klasse 1 eingetreten ist, dann geht es in, keine Ahnung, 80% der Fälle erstmal wieder nach unten. Das wäre mir jetzt heute zu viel. Das ist vielleicht nochmal interessant für einen Folgetermin. Ich habe sowieso ganz viele Ideen noch für Webinare, die ganz spannend sind. Auch zum Beispiel, wenn es um das Thema Stoppkurse geht, würde ich gerne mal so eine Stunde was darüber erzählen. Aber deshalb heute, der Schwerpunkt heute liegt ganz klar bei den Aufwärtsgaps, weil es einfach einfacher ist für Sie zu verstehen und Sie nicht so viel sozusagen hier oben abspeichern müssen. Und insbesondere die meisten von Ihnen oder vielleicht viele oder einige haben eventuell nicht die Möglichkeit, das zu machen. Beim Downgap unter GT200 ist es auch nicht so klar wie hier. Also Sie sehen da ein unterschiedliches Bild, wie Sie jetzt. Also normalerweise würde man denken, es müsste doch eigentlich symmetrisch sein. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich anders. Also die Folie ist eine wichtige Folie für, eine wichtige allgemeine Folie für Sie. Es ist jetzt nicht eine spezielle Folie, aber sie enthält sehr wichtige allgemeine Informationen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so spektakulär ausschaut, die Folie. Kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt, nämlich zum Thema Mythos, wenn Sie so wollen. Alle Gaps werden geschlossen. Und naja, Mythen, Sie wissen, das ist immer gefährlich an der Börse, wenn es um Mythen geht. Es gibt ja viele Mythen, zum Beispiel auch ein Mythos ist Stoppkurse schützen. Das mag sein, aber praktisch ist es so, dass Stoppkurse sehr viel Performance kaputt machen. Aber wie gesagt, das ist das Beispiel für ein anderes Webinar. Ja, jedes Gap wird geschlossen. Das ist so ein Mythos, oder alle Gaps werden geschlossen. Und wie so oft an der Börse gibt es halt die allgemeinen Weisheiten nicht. Was ich hier mal versucht habe, ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Ich habe mir immer so einen Abwärtsgap genommen, in lila markiert, und habe einfach mal diesen horizontalen Pfeil hier, in blau, das ist dunkelblau, es soll auch ein Pfeil sein. Ich hoffe, Sie sehen das. Mal genommen und habe einfach mal nach rechts gezogen. Und damit Sie einfach mal so einen Eindruck bekommen, naja, erstens, wann ist es geschlossen worden, das Gap? Und durch welches Teil der Tränen muss ich denn durch? Ich muss nämlich hier erst mal beim S&P 500 60 Punkte nach unten gehen, damit ich dann sehe, dass das Gap geschlossen wird. Oder ich muss hier, naja, 10 Punkte nach unten gehen, damit ich sehe, dass das Gap geschlossen wird. Also hier ist zwar der Mythos intakt, aber letztlich, was kostet Sie das Ganze? Es gibt vielleicht der Hintergrund nochmal, es gibt sehr viele, die sagen, wenn ein Gap gerissen wird, dann setze ich darauf, dann wette ich darauf, ich spekuliere darauf, dass das Gap auch wieder geschlossen wird. Klar, hier ist es geschlossen worden, allerdings, also das wäre dann, die Handelsedie wäre dann zum Beispiel, dass man irgendwo hier an diesem Tag kauft und wartet, bis das Gap geschlossen wird. Aber letztlich, was haben Sie erreicht? Sie haben hierfür vielleicht ein 10-Punkte-Gap, haben Sie einen 30, 40, 40 Punkte Jordan verkraften müssen. Chance, Risikoverhältnisse ist sehr unzufriedenstellend in diesem Bereich und deshalb ist es natürlich sehr fragwürdig, ob diese Strategie Ihnen tatsächlich was bringt. Und Sie haben natürlich noch ein anderes Risiko, das waren jetzt zwei Gaps, da ist der Markt tatsächlich irgendwann zurückgekommen, man hat zum Beispiel auch dieses Gap hier, das ist ein Aufwärts-Gap gerissen, der Markt steigt dann erstmal von 1660 auf 1720, also auch hier haben Sie 60 Punkte Drawdown und kommt dann zurück hier zu Ihrem Gap, macht den Gap Close, also für ein paar Pünktchen riskieren Sie 60 Punkte im S&P. Hier bei dem Beispiel ging es ein bisschen schneller, hier haben wir ein paar Tage nur gebraucht, um das Gap zu schließen, aber zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt das Gap hier mal anschauen, hier sind Sie nach der US-Haushaltsdebatte, sind Sie jetzt schon wieder 1665, wenn ich das richtig sehe, sind Sie jetzt schon wieder 65 oder 60, 70 Punkte entfernt, bis dieses Gap geschlossen wird. Die Frage ist, wann dieses Gap geschlossen wird. Hier haben Sie immer, das ist ein Tagesschart, hier haben Sie immer ein paar Tage dazwischen, als dieses Gap geschlossen wurde oder vielleicht mal zwei Wochen, das hält man irgendwann aus, aber Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass spätestens nach zwei Wochen das Gap geschlossen wird, sondern Sie müssen schon davon ausgehen, dass das Gap länger offen bleibt, eventuell sogar verdammt lange, denn hier habe ich den Future, das ist der S&P Future, also ja, der Future. Denn ich muss aber dazu sagen, im Kassamarkt finden Sie die gleichen Phänomene, also wenn Sie jetzt den S&P Kassa anschauen würden, den SPX, dann würden Sie auch Gaps finden, die dann auch nach irgendwelchen Tagen wieder geschlossen worden sind. Aber das, was Sie konkret sehen, hier ist der Future. Weil ich sage immer, ich kann nur den Future handeln und selbst alle CFDs, die auf Kassa laufen, werden letztlich nach dem Future bepreist. Deshalb ist für mich der Future der ausschlaggebende Markt. Und das nochmal zum Punkt, wann werden Gaps geschlossen? Bei der Münchner Rück ist im Jahr 2010, ungefähr 10 müsste es gewesen sein, ein Gap geschlossen worden aus 1998. Also da waren Sie zwischendurch 400 Euro hinten, wenn Sie geshortet hätten und ja, zwölf Jahre hätten Sie darauf gewartet. Also es ist unrealistisch, dass man so einen Trade überhaupt durchhält. Also insofern hüten Sie sich vor diesen Mythen. Es gibt Konstellationen, die haben einen gewissen Edge, einen Traders-Edge, wo man sagen kann, jawohl, die Wahrscheinlichkeit, dass das Gap jetzt kurzfristig geschlossen wird, ist da. Aber es ist nicht pauschal so, es ist nicht generell so, dass jedes Gap, was es denn so gibt, geschlossen wird oder geschlossen worden ist. Kommen wir jetzt zu Handelsstrategien. Denn darum geht es ja, dass ich Ihnen ein paar konkrete Muster zeige, ein paar konkrete Regeln zeige, wie man mit Gaps Geld verdienen kann, hoffentlich Geld verdienen kann, an unterschiedlichen Märkten. Zunächst einmal auch hier wieder mein Hinweis, diese Universalstrategie, dass man jetzt ein Muster hat wie hier und das funktioniert jetzt auf allen Märkten, die man so kennt, das ist nicht so unbedingt wahrscheinlich, sondern man sollte sich schon immer die Mühe machen und sollte Muster für Muster durchgehen und ähnliche Muster für Muster, Markt für Markt durchgehen und dann feststellen, ob mein Muster, ob mein Gap-Pattern tatsächlich auch für den Markt, den ich gerne handeln will, funktioniert. Es kann gut sein, dass ein Gap, was Sie hier sehen, die Gap-Strategie für den DAX gar nicht so interessant ist. Nicht für den DAX, sondern für den alternativen Markt gar nicht so interessant ist. Ja, hier haben wir so ein Pattern, nämlich den DAX habe ich mit einem Standard-Gap mitgebracht, mit einem Up-Gap 1. Das heißt, wir haben hier nur den Vortag als Referenz. Und wie ist die Regel eigentlich? Das ist ganz einfach. Der DAX hat einen Up-Gap gerissen. Wir notieren gleichzeitig über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 10 Tage. Und wenn das der Fall ist, dann kaufen wir zur Eröffnung. Also, das sind drei Regeln, die eigentlich relativ simpel sind. Ich habe also einen Chart-Pattern, meinen Aufwärts-Gap. Ich habe meinen Trend-Filter. Das ist in dem Fall der Schlusskurs, der oberhalb der letzten 10 Tage. Entschuldigung, der letzte, das 10 Tage gleitende Durchschnitt sich aufhält. Also ein Trend-Filter. Ich will einen kurzfristigen Aufwärtstrend sehen. Und wenn das passiert, dann kaufe ich zur nächsten Eröffnung. Das ist dieses Buy-Market. Also Buy-Market heißt in dem Fall jetzt, kaufe zum nächsten möglichen Kurs. Und da ich diese Signale erst bekomme, wenn der Markt zu ist, bedeutet das, dass ich bis zum nächsten Eröffnungskurs warten muss. Also sprich in der Früh um 8 Uhr. Wenn das getan ist, dann bitte Stopp-Loss von 100 Punkten. Und bitte eine Gewinnmitnahme. Dann, wenn ich eine profitable Eröffnung habe. Eine profitable Eröffnung liegt dann vor, wenn ich einen Öffnungskurs habe, der über meinem Einstandskurs liegt. Ich habe nicht gesagt ein Prozent oder zwei Prozent, sondern es kann auch sein, dass er drei Punkte drüber liegt. Es kann auch sein, dass er 300 Punkte drüber liegt. Aber grundsätzlich gilt, dass der Markt zur Eröffnung im Plus ist. Also ihr Konto im Plus ist mit dieser Position oder ihre Position im Plus ist. Das ist eine profitable Eröffnung. Wenn Sie mich kennen, wissen Sie, das ist für mich so einer der besten Short-Term-Exits, die es gibt. Und insofern kann ich den uneingeschränkt empfehlen. Also hier sieht man einfach die Stärke vom DAX nach Aufwärtsgeld. Das drückt einfach dieses Pattern aus. Man sieht auch hier, dass man pro Trade mit einem DAX-Kontrakt 434 Euro verdient. 65 Prozent der Fälle sind Gewinner. Das heißt, ungefähr 35 sind Verlierer. 44.000 ist der Netto-Profit bei einem Drawdown von 5.000. Das heißt, wir haben hier irgendwo 5.000 Euro mal Konto-Rückgang gehabt. Und das ist ein Chancen-Riegungsverhältnis, was sehr attraktiv ist. So 8, 9. Und damit kann man sich durchaus sehen lassen. Ab wie vielen Pips kann man von einem Gap sprechen? Also theoretisch ab einem Pip. Aber das macht nicht Riesensinn. Sondern man sollte, das habe ich eben mit den Abwärts-Gaps gemeint, man sollte die Gaps nach der Größe klassifizieren. Und man sollte überlegen, ob man bestimmte Klassen einfach einführt. Wo man sagt, ein Gap, was jetzt riesengroß ist, also ich sage jetzt mal im DAX 100-Punkte-Gap, mit dem gehe ich anders um als mit einem Gap, was jetzt zum Beispiel nur ein Pünktchen ist. Aber das eben, was Sie eben gesehen haben, die Grafik war tatsächlich so, ein Gap ist dann da, wenn es im schlimmsten Fall nur ein Punkt ist. Also das ist die erste Handelsstrategie, die ich hier mitgebracht habe. Was jetzt kommt, ist, glaube ich, ein kleiner Irrläufer gewesen. Denn auf die Folie hätte ich eben gewartet. Hier ist nämlich einfach meine Gap-Variante. Da ist wahrscheinlich irgendwas bei der Zusammenstellung der Folien schiefgegangen. Hier ist die Variante ein Gap 2. Also das heißt, ich bin jetzt gar nicht mal so bisher bei der Handelsstrategie. Ich bin jetzt eigentlich jetzt mehr beim Punkt Basic. Aber mir ist, wie gesagt, die Folie verrutscht. Hier sehen Sie einfach Gaps, die gerissen worden sind, nicht zum Vortag. Also sprich, ich frage hier nicht ab, ist es bei einem Aufwärtsgap. Das Hoch heute ist es über meinem Hoch, Entschuldigung, das Tief heute ist es über meinem Hoch von gestern. Ich frage ab, ist es Tief heute über meinem Hoch von vorgestern. Das ist mein Gap 2 Pattern. Und Sie sehen in grün die Aufwärtsgap 2 und in rot bzw. orange diese Abwärtsgap 2 Patterns, die letztlich Ihnen zeigen, ob der Markt diese Gap-Variante gerade spielt. Ich werde Ihnen nachher eine Handelsstrategie mit so einem Gap 2 Pattern zeigen. Sie sehen auch, es gibt rein mal optisch, wenn Sie auf diesen Chart blicken, es gibt viel mehr Tradingmöglichkeiten, viel mehr Opportunitäten, wenn Sie mit so einer Gap-Variante handeln anstelle eines Standard-Gaps. Und wo wir gerade bei Varianten sind, eine Variante des Gaps ist auch, wenn Sie beispielsweise im Intraday-Bereich mit Pivot-Punkten handeln. Pivot-Punkte ist ein Durchschnittskurs und mit Pivot-Punkten ermittelt der ein oder andere Trader Widerstände, Unterstützungen für den Intraday-Handel. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Gap-Variante so gestaltet, dass man einfach den Pivot-Punkt als Referenzpunkt nimmt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man Gaps handelt. Es gibt sehr viele Gap-Varianten. Es gibt auch noch sogenannte Hidden Gaps, Delayed Gaps und so weiter. Das alles, wie gesagt, im Laufe der Zeit oder kommt dann im Laufe der Zeit, werde ich das bringen. Aber heute einfach nur mal so das Thema, um das Thema anzureißen, denn es gibt schon sehr viel mehr zum Thema Gaps zu sagen, als nur, dass es ein Gap gibt, dass es eine Kurslücke gibt und danach passiert irgendwas. Das ist es nicht, sondern es gibt ja schon sehr viele Varianten, die man sich zu Gemüte führen kann. Und eine davon ist das Gap-2-Pattern. Also das ist noch ein Nachschub zu den Basics von eben gewesen. Wir werden, wie gesagt, später noch eine Strategie-Variante auf dieses Thema Gap-2 sehen. Und jetzt gehen wir zum nächsten wichtigen Element, wenn es um das Thema Gaps geht. Und das ist in der Tat so, Sie sehen hier Gap-1, also ein Aufwärts-Gap-1 und entsprechende Wochentage. Und zwar habe ich jetzt hier mal den Bund-Future mitgebracht. Das ist tatsächlich so, dass man Wochentag für Wochentag abwägen muss, ob ein Gap eine gewisse Signifikanz hat oder nicht. Was ich hier mal gemacht habe, ist folgendes, ich habe einfach mal untersucht, was passiert, wenn im Bund-Future ein Gap am Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag auftritt. Was passiert dann? Oder was kann ich da mit was reißen? Also ich habe einfach mal simuliert, Aufwärts-Gap und ich gehe jetzt Short im Bund-Future, wenn so ein Aufwärts-Lap entsteht. Und was man hier sieht, ist letztlich, es ist eine schlechte Idee, Short zu gehen, Montag und Dienstag. Aber es ist eine ganz gute Idee, Short zu gehen, hier am vierten Handelstag der Woche, an einem Donnerstag. Und hier sieht man, dass es halt eine Rolle spielt, an welchem Wochentag so ein Gap auftritt. Denn, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, gibt es sehr gute Gründe, an bestimmten Wochentagen Gaps nicht zu handeln. Oder es gibt gute Gründe, an bestimmten Wochentagen mit einem Gap zu gehen. Es gibt aber auch gute Gründe, an bestimmten Wochentagen gegen so ein Lab zu gehen. Und insofern, hier nochmal meine, oder hier eine, so eine Art Einleitungsfolie für das, was Sie gleich sehen werden, wenn es nämlich auch um einen Gap-Pattern geht, dass es einfach eine Rolle spielt, ob Sie das am Montag haben. Denn Sie wissen, was am Montag ist. Am Montag ist der erste Tag der neuen Woche. Und der erste Tag der neuen Woche ist einfach dem Wochenende folgend. Das heißt, das Wochenende ist handelsfrei. Viele Marktteilnehmer, Sie machen es vielleicht auch, lesen Zeitungen, bilden sich Meinungen und setzen die dann gleich an einem Montag beispielsweise um. Und dieses Verhalten ist letztlich ein anderes Verhalten, als wenn ein Gap entsteht, beispielsweise an einem Donnerstag. Denn an einem Donnerstag, da kann eigentlich so wahnsinnig viel nicht passieren über Nacht, dass sich jetzt plötzlich ein Bund-Future mit einem Gap eröffnet und dann weiter Richtung Norden läuft oder Richtung Süden läuft, je nachdem, welche Richtung. Also so wahnsinnig viel kann da nicht passieren. Deshalb ist es schon nachvollziehbar, dass bestimmte Gaps signifikanter sind als andere. Auch das Thema, wenn Sie zum Beispiel einen Rentenmarkt nehmen wie den Bund-Future und überlegen, dass freitags der komplette mittlere Osten nicht handelt, weil dann dort das vorgezogene Wochenende ist, da ist der Markt einfach dünner, weil er weniger liquide ist. Und insofern sind auch da Gaps, die auf so einem dünnen Markt fallen, anders zu sehen, als wenn Sie jetzt beispielsweise Montag oder Dienstag, wo wirklich alle Marktteilnehmer dabei sind, entstehen. Deshalb jetzt meine nächste Folie, da gibt es ein Don't Sell on Mondays. Verkaufen nicht an einem Montag. Sie kennen das Beispiel jetzt von meiner Erklärung gerade eben. Verkaufen nicht am Montag, weil am Montag eigentlich alles zum Eröffnungskurs. Alles das in den Kursen ist, was sich über das Wochenende angestaut hat. Und was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe, ist natürlich ein Markt, der sehr selten Gaps zeigt. Aber wenn er sich zeigt, dann wirklich nur montags, nämlich der FX-Markt, der Forex-Markt. Sie wissen, die Forex hat mehr oder weniger rund um die Uhr, fünf Tage die Woche geöffnet. Es gibt letztlich keine Handelsunterbrechung, es gibt keine Handelspause, handelsfreie Zeit, sondern es geht rund um die Uhr weiter. Deshalb gibt es auch rund um die Uhr Kurse. Offiziell ist der Schlusskurs 23 Uhr, je nach Zeit, Sommer- oder Winterzeit. Aber lassen wir einfach mal 23 Uhr stehen und dann geht praktisch der neue Tag von um 23 Uhr 001 dann weiter. Aber letztlich ist es keine wirkliche Handelsunterbrechung. Aber die Handelsunterbrechung kann dann stattfinden oder findet am Wochenende statt. Und deshalb kann auch montags ein Gap entstehen im Forex-Markt, was nicht unbedingt heißt, dass jeder Markt profitabel dann zu handeln ist. Aber was ich hier mal gemacht habe, hier einfach mal ein paar Währungspaare angeschaut und einfach mal folgendes Muster gehandelt. Heute ist Montag, die Eröffnung ist kleiner als das Tief von gestern, also sprich der Montagseröffnungskurs ist kleiner als das Tief von letzten Freitag. Wenn das der Fall ist, dann kaufe ich sobald der Kurs über dieses Tief hinaus ansteigt. Also wenn ich das mal hier anzeichne, hier ist der, wenn man so will, die Freitagskerze, die schaut so aus und Montag eröffnet der Markt jetzt hier. Das ist meine Eröffnungskurs am Montag, wo das X ist. Und was ich jetzt will oder wie die Regel heißt, bei Low 1 Stop. Low 1 ist genau dieser rote Punkt. Ich kaufe also, wenn der Markt am Montag unter dem Tief von Freitag eröffnet, aber dann im Laufe des Tages über dieses Tief hinaus ansteigt. Ich platziere also einen Kaufstopp. Und genau das meint dieses Bildchen und genau das meint diese Orderart. Das machen wir montags im FX-Markt. Und wie Sie sehen, ich habe jetzt hier mal eine tabellarische Aufstellung mitgebracht. Wir haben 23 Uhr ist die Close-Feststellung. Um das mal zu sehen, welche Währungen man profitabel handeln kann. Okay, wir haben hier so eine etwas kleinere Währung. Das ist der Euro gegen den südafrikanischen Rand. Euro Slotty. Aber auch das ist eine etwas kleinere Währung, aber die trotzdem Spaß macht, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier den Dollar gegen den kanadischen Dollar. Wir haben hier Euro gegen schwedische Krone. Hier haben wir Pfund gegen kanadische Dollar. Auch das ist ein Pärchen, was Spaß macht. Austral-Dollar gegen Euro. Euro Pfund, nicht große Währung. Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar ist eine interessante Währung. Handeln wir auch bei uns recht viel. Austral-Dollar, Kanadische Dollar ist eine spannende Währung. Also hier gibt es schon so ein paar Währungen, die ganz interessant sind für den ein oder anderen Trade. Man sieht, und das muss man natürlich der Fairness-Haber dazu sagen, es gibt nicht so häufig Trades. Also wenn man sich hier mal anschaut, es gibt wirklich nur in der Regel so ein paar Dutzend an Trades. Das ist ein kleines Manko. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass es bei so vielen Währungspärchen auftritt, ist es natürlich schon eine gewisse Signifikanz, die man da hat. Und es sollte heute, oder ich bin ganz sicher, dass es so ist, es ist heute kein Problem, dass Sie das mit automatischem, mit dem Scanner oder so, mit einem kurzen Blick auf den Chart identifizieren. Ich gebe natürlich zu, dass die Strategie einen Nachteil hat für Sie, sofern Sie die nicht automatisch handeln lassen. Sie müssen natürlich um 23 Uhr sonntags abends vor der Kiste sitzen und müssen eventuell die Orders aufgeben. Das gebe ich zu. Aber okay, das ist natürlich eher Apfel, in dem man beißen muss. Aber theoretisch könnte man das auch in Expert Advisor machen. Wir haben das hier in so einem Expert Advisor gemacht. Insofern muss ich das natürlich fairness halber zusagen. Wenn Sie es nicht haben, ist es natürlich ein kleines bisschen erhöhter Aufwand, wenn Sie diese Strategie machen. Aber Don't Sell on Monday kann man auf jeden Fall bei FX-Märkten sagen. Man könnte also hier auch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Wie schaut das aus beim DAX, wenn ich ein Don't Sell on Monday mache? Zunächst einmal, auch hier ist es noch nicht wahnsinnig oft vorgekommen, aber immerhin schon ein paar Dutzend Male beim DAX. 54 Male ist es vorgekommen. Und auch hier ist die identische Regel, ich habe jetzt die Regel bewusst, ich hätte Ihnen eine noch schönere Kurve zeigen können. Die ist ja schon nicht schlecht hier. Ich hätte Ihnen jetzt eine noch optimiertere Kurve zeigen können, aber ich wollte eigentlich genau die gleiche Regel jetzt Ihnen zeigen, wie ich eben bei der FX angewendet habe. Und Sie einfach darauf verweisen, dass wir hier ähnlich gute Ergebnisse haben, wie bei der Forex eben. Also wir haben hier ein Net Profit von 46.000, wir haben ein Drawdown von 17.000 etwas höher. Es gibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von so knapp 3 zu 1, ist absolut akzeptabel. Der Average Trade ist 867 Euro, also pro Trade 867 Euro, die wir gewinnen. Bei mir sind immer Transaktionskosten dabei, also alles was ich hier sehe, ist inklusive Transaktionskosten. 70% Trefferquote und 1,7% ist der Profitfaktor, der Gewinnfaktor. Das ist okay, diese Idee. Aber was ich Ihnen eigentlich damit sagen will, ist, es sind zweierlei. Erstens, wenn Sie montags den DAX handeln wollen, achten Sie auf Eröffnungsgaps. Es ist ein interessantes Pattern. Es ist in der Regel ein lukratives Pattern, was Sie handeln können. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn auch Sie überlegen, montags Ihre Aktien zu verkaufen, sollten Sie es nicht machen, wenn der Markt einen Eröffnungsgap macht. Denn die Chance, dass er dann recobert im Laufe der Handelssession, ist verhältnismäßig hoch. Insofern auch hier mein Rat, jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen, sondern hier ist man eher gut beraten, wenn man sich dem etwas widersetzt und sagt, okay, wenn dann montags ein Gap ist und ich wäre jetzt auch ganz gerne draußen, dann sollte man vielleicht lieber noch einen Tag warten damit oder zwei Tage warten damit, weil der Markt dann eher bullish wird. Montags. Schauen wir uns mal an, wie, und das ist jetzt auch eine kleine Trading-Variante, wie man so ein Lab, also ein Lab jetzt, also wir reden jetzt nur vom Eröffnungskurs, der unter dem Tagestief oder Tageshoch von gestern ist, wie ist es mit dem, um so ein Lab bestellt, in Kombination mit einem, Entschuldigung, mit einem kleinen Durchschnitt. Und ich habe hier einfach mal so einen ganz kurzfristigen kleinen Durchschnitt genommen, nämlich ein kleiner Durchschnitt der letzten fünf Tage. Und die Handelsregel, die Sie hier sehen, ist eigentlich ganz einfach. Wir handeln an einem Montag oder an einem Freitag. Sie merken wieder Montag oder Freitag, also zwei Wochentage, die, weil wir eben gesehen haben, Wochentage sind durchaus relevant, wenn es um das Thema Gaps geht, die da sind. Wir haben einen Eröffnungskurs, der unter dem Tiefkurs des Vortages ist, also ein Gap 1, wenn Sie so wollen. Und gleichzeitig ist der Eröffnungskurs auch unter dem GD der letzten fünf Tage, also unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten fünf Tage. Das ist diese blaue, dünne Linie, die Sie hier sehen. Das ist der GD 5, den man hier sieht. Und wenn das der Fall ist, kaufen wir, sobald der Markt über das Tief hinweg ansteigt, also wieder gleicher Fall. Ich habe hier Open Close und ich habe hier meinen Tiefkurs, der Markt eröffnet hier. Und erst wenn der Markt hier herüber hinaus ansteigt, dann kaufen Sie mit einem Buy Stop. Also das ist die Logik und das ist die Idee, die dahinter steckt. Und wir steigen hier aus nach zwei Tagen. Und das, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist eine Strategie, die ich auf ein ETF habe laufen lassen. Man muss natürlich dazu sagen, ETF ist nicht so spektakulär wie ein CFD oder wie ein Future. Aber was ich Ihnen einfach mal zeigen wollte, ist, was passiert mit der Strategie, auch Chance- oder Risikomäßig, wenn ich keinen Stop-Loss verwende. Ich verwende hier wirklich keinen Stop-Loss, sondern gehe gnadenlos zwei Tage später raus. Und wie wirkt sich das auf meinen Drawdown aus? Und das sehen wir jetzt in dieser Folie hier. Und zunächst einmal hier die Performance-Kurve. Ich finde, dass die Performance-Kurve sehr gut ausschaut. Die Zahlen, natürlich Nettrogewinn von 9000 ist nicht so spektakulär. Allerdings ist das ein ETF, ich kann es nochmal sagen. Und das Konto, was wir benötigt hätten, wäre nur 11.000 Dollar. Also mit 11.000 Dollar hätte man das schon handeln können. Diese Strategie hätte 9000 gemacht in den letzten paar Jahren. Ist also nicht verkehrt. Profit-Faktor ist 1,8. Der Gewinnfaktor ist, und das ist, Entschuldigung, die Trefferquote ist dadurch, dass wir nach einem festen Time-Exit handeln, also nach zwei Tagen ausstehen, ist mit etwas höher als 50 Prozent eigentlich im Normalbereich anzusiedeln. Das ist so. Nichtsdestotrotz, und das ist mir eigentlich wichtig, sehen Sie, dass wir einen Drawdown haben von 1100 Dollar bei einem Nettogewinn von 9000. Und wenn man sich jetzt das Chance-Risiko-Verhältnis anschaut, also 9000 geteilt noch 1100 macht, dann landet man, so die man dauernd bei 8. Und das sind eigentlich überragende Chance-Risiko-Verhältnisse. Und hier sieht man letztlich, dass es bestimmte Märkte gibt, die auf so einem Abwärts-Gap halt mit einer gewissen Charakteristik antworten. Und solche Märkte sind letztlich die großen Aktienmärkte. Und dieses Phänomen nennt man Mean Reversion. Nämlich, dass Sie, wenn Sie schon schwach eröffnen, dass Sie dann irgendwann, auch kurzfristig, wieder so eine Art Pop bekommen, also so ein Bounce-Back bekommen, der Sie dann als ETF-Trader so stehen lässt, dass Sie eigentlich ohne Stopp besser fahren als mit Stopp. Insofern ist das hier ein Beispiel, wie eine Strategie funktionieren kann ohne Stopp. Gleich als Anmerkung, wenn Sie fragen, was ist jetzt, wenn ich Futures-CFDs handele, da ist es nicht ganz so einfach. Bei Futures-CFD hat man natürlich das brutale Risiko, dass man eventuell sogar in die Nachschusspflicht kommt, wenn irgendwas passiert, irgendein schwarzes Schweinereignis. Aber da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gibt es auch Methoden und Instrumente, wie man das umgehen kann, wenn man nämlich die Position in mehreren Stufen aufbaut. Aber das werde ich ganz sicher in einem eigenen Seminar nochmal, oder in einem eigenen Webinar nochmal machen. Also auch hier kann man sich vom Chance-Risiko-Verhältnis verbessern, wenn man den Stopp weglässt. Aber, und anstattdessen, denn man muss ja mit einem gewissen Sicherheits-Airbag fahren, die Position in mindestens drei Schritten skaliert. Also man fängt praktisch mit 33% an, erhöht auf 66% und ganz zum Schluss auf praktisch 100%. So funktioniert das, aber wie gesagt, dazu dann später mehr. Aber hier erstmal eine Strategie für Sie ohne großen Drawdown und ohne Stopp-Loss. Also finde ich eine ganz spannende Nummer, wenn man das so sich mal anschaut. Nächste Strategie. Was passiert, wenn ich einen Trendfilter habe und wenn ich einen Indikator mir noch dazu nehme mit einem Gap? Die Idee vielleicht, die dahinter steht, ist folgende. Ich habe einen Markt, der in unserem Fall in einem soliden und gefestigten Aufwärtstrend ist. Also wir haben eine Trenddynamik auf der Oberseite. Und was passiert, wenn ich einen Markt habe, der eine Trenddynamik auf der Oberseite entwickelt? Wenn ich das habe, sind Abwärts-Gaps eher Kaufchancen. Letztlich, wenn der Markt die ganze Zeit steigt und steigt und steigt und irgendwann morgens sehen Sie plötzlich DAX, ups, minus 100 Punkte. Das wäre eher eine Kaufgelegenheit. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und wie ich die umgesetzt habe, die Idee sehen Sie wie folgt. Ich habe hier wieder meinen berühmten Montags-Trade. Ich habe hier geschrieben, aha, ich möchte, das ist jetzt S&P 500, ich möchte, dass der Markt über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 34 Tage notiert. Das ist mein Trendfilter. Das ist die blaue Linie, die Sie hier sehen. Also mein Trendfilter. Und das, was ich jetzt noch möchte, ist diese von mir angesprochene Trendintensität. Ich möchte also, dass der Markt tatsächlich in einem gefestigten Trend ist. Und das kann man messen mit einem Indikator, den Sie möglicherweise auch schon mal gehört haben. Und Sie sehen ihn hier unten. Das ist der sogenannte ADX-Indikator. Der ADX-Indikator ist ein ganz alter Indikator. Der misst Ihnen nichts anderes als die Trendstärke, die Trendintensität. Vereinfacht ausgesprochen an dem Bild hier. Wenn der ADX nach oben geht, dann ist es eine Zunahme der Trenddynamik. Dann stehen wir auf festen Füßen. Und wenn der ADX wie hier nach unten geht, dann nimmt der Trend, um es mal so auszudrücken, etwas ab. Also egal, ob es ein Aufwärtstrend ist, die Trenddynamik geht zurück. Der ADX zeigt Ihnen auch nicht die Richtung des Trends an, sondern zeigt Ihnen einfach nur an, ob es ein starker Trend ist, der nach oben oder der halt einfach da ist, der entweder nach oben oder nach unten geht. Hier beim Bild sehen wir einen Trend, der nach oben geht. Aber die Idee, die ich eben formuliert habe, die drücke ich so aus, indem ich sage, der ADX, also der Indikator, mein Trendintensitätsmesser, der soll bitteschön größer sein als 25. Denn wenn er größer ist als 25, dann heißt es, dass ich eine gewisse Trendstärke habe. Und wenn ich diese gewisse Trendstärke habe, dann will ich definieren, ist es ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend. Dafür schaue ich mir meinen gleitenden Durchschnitt an. Die letzten 34 Tage bin ich drüber, wunderbar, da habe ich einen Aufwärtstrend offensichtlich. Bin ich drunter, dann habe ich wahrscheinlich einen Abwärtstrend. Und dann möchte ich in dieser Konstellation Trenddynamik, Trendfilter, in dieser Konstellation möchte ich einen Abwärtsgap haben. Und wenn ich dieses Abwärtsgap habe, genau das gleiche Spiel wie eben, ich kaufe, sobald der Markt über das Tief von dem Vortag hinaus ansteigt. Ich steige nach einem Tag aus und der Stopp Loss ist nicht 100 Punkte beim S&P, er ist 17 Punkte beim S&P. Das ist mein Standardstopp beim S&P, insofern ist das der Stopp Loss. Jetzt schauen wir uns mal, was rauskommt. Es kommt eigentlich ein sehr gutes Ergebnis raus. Wir haben hier eine Trefferquote von 83%, wir haben einen Profitfaktor von 2,6%, wir haben einen Nettogewinn von 17.000% und ein Drawdown von lediglich 1.600%. Das heißt, wir haben ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 10 und das ist eine sehr gute Verhältniszahl. Denn diese einfache Strategie, verhältnismäßig simpel, die ist so, dass ich mit dem Kennzahlenmuster, mit dem Raster an Kennzahlen eigentlich wunderbar leben kann. Und ich eigentlich überhaupt nicht jetzt anfange zu optimieren. Hier steht einfach eine Idee dahinter, die ist formuliert mit sehr einfachen Regeln, nämlich, ich gehe nochmal in einer Folie zurück, wir haben einen Wochentag, wir haben dieses Lab, wir haben einen Trendfilter und wir haben eine gewisse Trendstärke, das war es schon. Wir haben einen Stopp Loss, der üblich ist und wir sagen, nach einem Tag verabschieden wir uns aus dem Markt. Also eine ganz einfache Nummer und dafür wird man eigentlich reich belohnt und Sie sehen, das ist wieder so ein typischer Fall von keep it simple but not stupid, denn tatsächlich das Verüberkomplizieren hat in der Regel zur Folge, dass man bestimmte Handelsstrategien überoptimiert. Was heißt, man passt die Vergangenheit letztlich nur an die entsprechende Logik, das ist je weiter man optimiert, je weiter die Bandbreiten sind, je mehr Parameter man hat, umso besser kann man optimieren, umso überoptimieren kann man ein System oder eine Handelsstrategie. Und am liebsten ist mir einfach, man hat so eine Idee relativ einfach formuliert, wie Sie es gerade gesehen haben und es kommt sowas bei raus. Da habe ich überhaupt keine Sorgen und überhaupt keine Bedenken, dass diese Strategie nicht stabil genug ist, denn die ist prima und diese Strategie ist wunderbar zum Handeln. Ja, das war so meine letzte Strategie für den S&P. Kommen wir zur Zusammenfassung. Zunächst nochmal die Idee des Labs. Also Lab heißt nichts anderes, dass der Öffnungskurs unter dem Tagestief des Vortages liegt, beziehungsweise über dem Tageshoch des Vortages liegt. Dann haben wir ein sogenanntes Lab mit L, nicht Gap. Ein Lab mit L ist die Vorstufe zu einem Gap, nämlich dann, wenn diese Kurslücke, die zur Öffnung entsteht, im Laufe des Tages nicht mehr geschlossen wird. Wie Sie gesehen haben, sind Labs, bieten eigentlich fast mehr Trading Chancen als Gaps. Bei Gaps heißt es immer nur, oh Vorsicht, der Markt ist besonders stark und besonders schwach. Aber ein Lab hat eigentlich eine interessante Trading Opportunität, die es mit sich bringt, insbesondere für kurzfristige Trader, wie Sie jetzt an den Beispielen, an den Handelsstrategien vorhin gesehen haben. Und ein Gap bedeutet letztlich nichts anderes, als dass Ihr heutiges Tagesextrem, zum Beispiel ein Tief, über dem gestrigen Tagesextrem, in dem Fall, dem Hoch liegt. Und umgekehrt, wenn das heutige Hoch unter dem Tief von gestern liegt, dann hat man ein sogenanntes Gap. Und die Variante, die ich Ihnen gezeigt habe, heute kurz gezeigt habe, ist ein Gap N, also ein N-Gap, wo man sagt, das Gap liegt nicht unter dem Extrem oder über dem Extrem von gestern, sondern von dem von vorgestern oder vor vorgestern oder von vor fünf Tagen. Das ist die Idee, die dahinter steht, egal ob Gap oder Lab, beide bieten Opportunitäten, Trading Opportunitäten, aber Sie haben jetzt gesehen, dass man schon sehr genau unterscheiden muss zwischen einem Lab und einem Gap, da die Implikationen schon einfach anders sind. Stichwort der Aufwärtsgap, wenn ein Markt über der 200 Tage notiert, da sieht man eigentlich, dass die ersten zwei, drei Tage der Markt noch so ein bisschen verharrt, aber dann in der Regel weiter nach oben läuft. Das ist so die Idee, die ich Ihnen heute transportieren wollte mit diesem Thema Chart Patterns 1, mit dieser Thematik Chart Patterns 1. Bei Chart Patterns 2, was dann heute in einer Woche stattfindet, werden wir uns auch nochmal was anschauen, was interessant ist, nämlich wir werden uns anschauen, die Verbindung eines Labs mit einem gewissen Blow-Off Pattern. Ich habe das mal so getauft, was das ist, erfahren Sie nächste Woche, es ist dann letztlich so eine Art Volatilitätsmuster, was sich abspielt. Und häufig ist so ein Volatilitätsausbruch in Verbindung mit einem Gap eine sehr explosive, aber auch eine sehr profitable Konstellation, wenn Sie traden möchten, wenn Sie kurzfristig traden möchten. Und das werde ich Ihnen dann nächste Woche zeigen. Schwerpunkt wird auch nächste Woche wieder sein, natürlich der DAX, so ein bisschen die FX-Schiene, also die Forex und auch nächste Woche ein bisschen mehr über Edelmetalle, also Gold. Das war jetzt soweit so gut, kann man sagen. Der inhaltliche Teil jetzt zum Schluss noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Wir haben aufgrund der Anfragen, die wir hatten von Ihnen über Webinare, über Seminare und so weiter, es gibt eine Aufzeichnung von dem Webinar. Ja, das ist richtig. Die wird ab morgen auf meinem YouTube-Kanal stehen. Dann können Sie sich dieses Webinar nochmal von vorne anschauen, wenn Sie jetzt gerade wie geschrieben zu spät gekommen sind. Wir haben aufgrund der Anfragen, Webinare und so weiter, immer wieder, die wir immer wieder bekommen haben, entschieden, dass wir einen Dienst auflegen, einen Dienst, eine Art Börsenbrief, wenn Sie so möchten. Das nennt sich Handelssignale von Börsenprofi. Ich weiß, dass Börsenprofi zwar kein juristisch geschützter Begriff ist, aber ich behaupte das von mir, weil ich einfach seit über 15 Jahren im Geschäft bin und nicht als Daytrader irgendwo zu Hause im Kapuf sitze, sondern einfach schon seit Jahren im Assetmanagement tätig bin, unter anderem Hedgefonds mit über 160 Millionen Euro Assets an der Management, auch jetzt als Vermögensverwalter tätig bin, schon sehr viel gemacht habe in diesem Bereich, mit sehr viel Geld schon gemacht habe in diesem Bereich. Deshalb behaupte ich mal, der Begriff Börsenprofi würde jetzt auf mich zutreffen oder trifft auf mich zu. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Dienst aufzulegen, so eine Art Börsenbrief. Aber es ist kein wirklicher Börsenbrief, das werde ich Ihnen aber gleich nochmal konkret zeigen. Wir handeln DAX, S&P 500, Gold, Silber, Öl, auch die größten Währungen, die Majors und insbesondere mit saisonalen Strategien, mit Chart-Pattern-Strategien. Also das haben wir heute eigentlich in so einer Art und Weise, habe ich Ihnen das gezeigt, wie das funktioniert und auch Inter-Market-Strategien. Und vielleicht ein kurzes Beispiel, eine Chart-Pattern-Strategie für den DAX würde jetzt so ausschauen, wie hier. Hier habe ich einfach mal so einen Performance-Report mitgebracht. Das ist so ein Chart-Pattern für den DAX, was wir handeln. 95,6% Winner, 21.000 ist der Net-Profit und 2.400 ist nur der Drawdown. Also Chance-Risiko-Verhältnis so von 7, 8 zu 1, sehr guter Wert. Das ist zum Beispiel eine Chart-Pattern-Strategie für den DAX, die wir in diesem Dienst machen. Und das ist beispielsweise eine Inter-Market-Strategie, wo es einfach nur um das Zusammenspiel zwischen Gold und Dollar geht. Auch das ist so eine Strategie, die wir machen. Und eine saisonale Strategie, mein Gott, das ist beispielsweise ein Trade am Ende des Monats in bestimmten Märkten zu bestimmten Monaten. Und das Ganze halt mit einem gewissen Risiko- und Money-Management hinterlegt. Das alles, auch hier hat man übrigens über 90% Trefferquote. Das alles ist Bestandteil in diesem Dienst. Der ist eigentlich perfekt dafür ausgelegt, wenn Sie nicht Day-Traden, sondern so an den Tagesrändern handeln wollen. Und es gibt pro Woche, Sie haben es eben vielleicht gelesen, zwischen 3 und 5 E-Mails. Dort stehen dann morgens schon die Orders drin, die Sie halt über den Tag verteilt dann aufgeben können. Und in der Regel ist die Haltezeit, so wie Sie es eben eigentlich gesehen haben, so ein, zwei Tage oder vielleicht einmal drei oder vier, aber kurzfristig, aber nicht Intraday. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und da wir kein Verlag sind, sondern eine Vermögensverwaltung und ich auch kein Verlag bin, deshalb ist es für mich nicht möglich, dass ich diese ganze Administration mache, die ganze Rechnungsstellung mache und Sie wissen, was dann noch kommt, das Forderungsmanagement und so weiter, sondern wir haben einfach mit zwei Partnern dieses Modell ins Leben gerufen. Nämlich hier sehen Sie, dass wir mit IG Markets zusammenarbeiten, dass wir Ihnen diesen Dienst für sieben Monate kostenlos anbieten. Sie zahlen also für sieben Monate nichts unter einer einzigen Auflage, dass Sie ein Konto bei IG Markets unterhalten und die Trades dort abbilden. Wenn Sie schon ein Konto haben, ist das kein Problem. Das kann man dann so gestalten, dass es funktioniert, dass Sie dann diesen Dienst auch bekommen können. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie halt ein neues eröffnen. Und ab 1.6.2014 planen wir erst, diesen Dienst kostenpflichtig zu machen. Also es ist noch lang hin und würde dann kosten 99 Euro im Jahr. Allerdings, auch hier gibt es dann wieder einen Discount für die Trader, die mit IG Markets zusammenhandeln. Da kostet er nur 330 Euro im Jahr. Hintergrund ist einfach der, wir wollen uns nicht mit diesem ganzen Backoffice beschäftigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite besteht Bedarf, wenn wir einfach sehr viel Nachfrage bekommen haben. Und deshalb haben wir eigentlich so eine wunderbare Lösung gefunden. Sie brauchen auch keine Angst haben, Sie zahlen jetzt nicht mehr bei IG. Sie sagen genauso wie vorher nur, IG quer subventioniert uns oder subventioniert uns praktisch quer in diesem Bereich. Insofern ist es für Sie eigentlich ein No-Brainer. Also wenn Sie jetzt ein Konto haben, ist es sowieso kein Problem. Wenn Sie noch keines haben, ist es eigentlich auch kein Problem, weil Sie haben es relativ schnell aufgemacht. Hier sehen Sie die Kontaktadresse, Sie würden Sie einfach nur bitten, mir dann bei Interesse eine E-Mail zu schreiben. Und Sie bekommen dann von mir im Prinzip so eine Art Anweisung, wie Sie weiter verfahren sollen dann bitte. Und dann kann man das relativ schnell aufsetzen. Also wir haben jetzt schon jede Menge, die mitmachen. Und ja, hier schreibt gerade jemand, funktioniert gut mit dem IG Markets Support. Also insofern, das ist auch ein Partner, den man wunderbar und unangeschränkt empfehlen kann, weil einfach der Größte ist seit Jahren im Markt, das etabliert ist und das Ganze, wie gesagt, mit uns zusammen macht. Das heißt, wenn Sie da anrufen, dann werden Sie sowieso offene Türen einrennen, weil die da Bescheid wissen, um was es geht. Also, das ist mein Angebot. Sie bekommen dann, wie gesagt, drei bis fünfmal die Woche E-Mails mit Signalen. Und am Wochenende gibt es dann so einen kurzen Wochenbericht, wo Sie dann einen kurzen Kommentar zum aktuellen Musterdepot erfahren können. Es versteht die Frage nicht immer CFDs in den genannten, also die Abbildung der Trades erfolgt mit CFDs. Ja, das ist richtig, falls das die Frage gewesen ist. Okay, also wenn Sie ansonsten dann noch Fragen haben, die E-Mail-Adresse steht hier. Eine Folie habe ich noch vergessen für die nächste Woche, Chartpetenz 2, gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit. Da sind Sie auch wieder herzlich eingeladen. Ansonsten wünsche ich Ihnen dann, es gibt keinen Mindestbetrag für das Konto. Ansonsten bin ich jetzt noch ein paar Minuten da, wenn Sie noch Fragen haben. Ich verabschiede mich aber trotzdem offiziell von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Fußball. Sag aber noch, ich bin jetzt noch eine Weile online, wenn Sie mir Fragen stellen wollen. Dann können Sie das gerne mit der Chatfunktion machen, das ist kein Problem. Aber für den Rest sage ich jetzt schon auf Wiederschauen. Und dann können Sie das gerne mit der Chatfunktion machen.